Ja, Carlos, also was kann man dazu noch sagen? Also professionelles Arbeiten in höchster Güte und trotzdem nie Stress. Das ist das Wichtigste überhaupt am Set. Kein Stress, absolutes professionelles Arbeiten und ganz ehrlich, der liebste Mensch der Welt. Da gibt es eigentlich null Diskussion drüber, weil dieses professionelle Arbeiten kann man nur weiterempfehlen. Das haben wir auch gleich gemacht. Ich habe dann gleich einen Anruf getätigt und habe gesagt, hier, das ist der Beste. Hammer, Hammer, Hammer. Ihr müsst euch einfach mal diese Filme anschauen und dann wisst ihr, was ich meine. Und ich kann das nur weiterempfehlen. Welchen Ratschlag würde ich geben? Ich würde einfach mal sagen, einfach ausprobieren. Weil es gibt Menschen, die stehen nicht gern vor der Kamera, aber trotzdem es gerne mal ausprobieren möchten. Und es muss einfach, und das kommt bei Carlos einfach rüber, es muss einfach passieren. Und dann wird es schön und ganz offen und ehrlich, ein Besseres gibt es nicht. Eine bessere Werbung gibt es nicht. Und macht es einfach. Ja, wer sich dafür interessiert, mal ein wirklich tolles Video zu machen, schaut doch einfach mal auf Facebook bei Carlos rüber, bei Stadt TV und schaut euch mal die Videos an, wie professionell die gelaufen sind. Und dann werdet ihr feststellen, wow, nur so ein Video möchte ich haben und kein anderes. Und dann vergeht managing es einfach. Aber dann werde ich natürlich auch noch nichtchioinfektivgrade, wie schön, egal wie schön ge존gedat. Und dann, was ich mir geht,